Hallo, guten Tag, wir haben bei Ihnen heute eine Gespräche, wenn Sie mal schauen, zu wem wir da gehen müssen. Also Sie haben einen Termin bei Herrn Klimsch an Tisch Nummer 3, ich bringe Sie gerne hin. Das ist der Herr Klimsch, Ihr Energieberater, Sie dürfen gerne warten. Vielen Dank, guten Tag. Guten Tag, Herr Klimsch. Was bewegt Sie jetzt? Also wir haben praktisch Ende Dezember, fast zu Weihnachten, war bei uns die Heizung ausgefahren. Ich finde das eine ganz tolle Sache, vor allen Dingen, man wird es von neutralen Fachmannen beraten, ohne dass gleich der Kaufzwang dahinter steht. Und man kann also auch Fragen stellen, die man eigentlich beim Handwerker bestimmt nicht so beantwortet bekommt. Und man hat jetzt auch mal einen Überblick, welche Schritte ich nacheinander abarbeiten muss, um da praktisch dann zu meinem Ergebnis zu kommen, was ich mir eigentlich vorgestellt habe jetzt als Heizungserneuerung in diesem Fall, was wir eigentlich vorhaben. Vielen herzlichen Dank für die Info, ich habe sehr viel genutzt. Doch, jetzt werden wir mal schauen, was wir da machen brauchen. Genau.